Wer feuert? Wer feuert? Keine gute Idee. Oh, da ist das Alien-Dingens. Oh ja, das schaut komisch aus. Die feuern drauf. Oh Mann. Okay, beide haben angefangen zu schießen. Oh Mann. Die ballern immer noch. Boah. Alles klar. Oh. Oh. Redwell. Yeah, what? That Scottish braincoat? He reckons he knows what made our drone go all schizo. Day of the accident. You know anything about relativity? Only that it's used in GPS to make calculations. Yeah. Time dilation. Gravity affects time. GPS-Satellites in space need a tiny offset to stay in sync with places down on earth, right? Are you saying that bomb is because of gravity? It's just a theory. And I'm not the one saying it, am I? You want me to hand you over to the scientists? Not unless they got a cure for your stupidity, Jack. No. Ah, fuck off. I ain't the one alone in a forest at night in thick-ass fog with aliens around. So, you know, you have fun with that. Und damit herzlich willkommen zurück zu Arma 3 Contact. Wir müssen weitermachen, denn wir sind ja noch nicht fertig. Und jetzt haben wir den Auftrag von Point Hopi, ein neues Terminal zu holen bei dem letzten Video. Äh, haben wir? Äh, warte mal. Something just boomed overhead. Bright light. Moving fast. It's shot straight from the AFO. Over. Copy. We hear it, but can't see it. Diamond 2-1 to Alchemist. Sighting. It's approaching Point Hopi. Confirmed. Alpha Echo. Altitude 30 or 40 meters. Description, ähm... Thing shaped. Size of a car, maybe. Over. Roger. Understood. Out to you. Alles klar, wir haben Kontakt. Äh, somewhere between you and Point Hopi, Sir. Over. You were a translator when you enlisted? Affirmative, but with all due respect, Sir. If you think of having me speak with them, I'm not qualified. Over. Factual facts. You're a linguist. A communicator. Get over there and assist. We want to introduce ourselves. Out. Out. Alles klar, unsere Aufgabe hat sich geändert. RoE. Do not engage. I say again. Do not engage. Verify. Over. I verify. Alien entity. Inbound. We are weapons tight. Bluebells. Look like they are following suit. Klingt ja überzeugend, oder? It just came down behind a small cup of trees. Okay. Also wir haben Kontakt mit einem Außerirdischen. Und momentan... Gibt's keine weiteren Infos. Get it on. Three mics. Mop Level 4. More to follow. Out. Alles klar. Hier sind wir bei Pornhobby. Ja. Da hinten. Da ist auch so eine Welle. Okay. Danke dir. So. Wir müssen jetzt schauen... Wo? Wie war's? Hier. Dass wir die Ausrüstung anziehen. Ein bisschen Überzüge für Schutzanzug, aber... Hilfst halt nicht besonders viel. Was machen wir jetzt, ja? Over. You suited and booted? Over. More or less. Everyone's got masks on, at least. Best we could do, given the current circumstances. Over. And no one get too close. There's a Dr. Kessin here. He's gonna help coordinate this. A little point, Hopi. Can you tell me what you see there? Not a lot. The bluish pulsing glow. The alpha echo or... Alien entity. It's on the other side of a glade. And our team have no line of sight. Over. Do you lots of any work in late, Shandy? Affirmative. We've turned them off. Turn them back on, please. Everything you've got. Let's see if he responds. All right. Lights. Okay. The Rangers off-road too. Switch the headlights on. Doctor, we're lit. Nothing from it yet. Over. Give another 60 seconds and kill the lights, Captain. Äh, okay. Holy fuck. It's lifting them up. They're flashing. They're rising up and flashing. There's one red tint lamp. The others are alternating with it. Jesus suffering. Fuck. I could be binary codes. I think he's trying to communicate. Ha. Krass. Okay. Wir sehen ihn aber nicht. Noch nicht. Dr. Kesson, we have a functional PA-System. How about music? There's classics for the AFR, Armed Forces Radio. We could relay them pretty easy. Over. Aye. Give a go. I don't expect it'll make much sense of it. Chromische Musik, alles klar. Nothing. It's not reacting. Over. Different evolutionary imperatives. He may lack the sensory perceptions, favored by ourselves. And that's assuming he's alive. The reality is, our visitors could have cast their biological fetters aside a very long time ago. Hmm. Komische teorien, oder? Hold on a second. Specialist Rodwell. You there, lad? Yeah. Affirmative. Apparently you have a Faraday cage at your end? A modified container? There should be a gadget for analyzing EM activity inside. Can you take a wee look for me? See if it's working? I got an M-Spec device. That what you mean, Doc? Over. Yeah. Search the radio spectrum for activity. Copy that. And I can point this at him? He's not gonna get pissed off? Not even why you should. We're only listening. I got a signal. A ping. Not so sure it's alien though. Over. Einmal FM radio und einmal LDF, also nichts von Aliens. Okay, äh. The agent wants to talk. Rodwell, update. Ignore it. The Alpha Echo is between you and an LDF squad. Yeah. Serving opposite. That ping? It's just a data packet. Coming from a friendly. A quick fix. Auxiliary tracker. On account of the power route. There anything else going on? Over. No. Negative. I got Zip. Roger. Confirring. Try switching antennas. There's an experimental one. In the EMP proof container. Over. Okay. Also es gibt eine andere Antenne, die wir benutzen können. Ah, hier wahrscheinlich. Ähm, um eben dann damit andere Wellen zu empfangen. Anderen Frequenzbereich wahrscheinlich. Schauen wir mal, ob das damit funktioniert. So. Major. Good to go. I swapped with, I don't know, looks like an old TV-Antenne. Drohne. Hell, probably is. Ah, ja. Ja, ja, ja. Außerirdische Entität haben wir. Over. Das hört sich extrem komisch an. Okay. Kommunikation. Transmit on his Frequenz. Aha. Maybe we can get his attention. Okay. Ja, ich... Ich probiere jetzt einfach mal auf seiner Frequenz zu senden. Ob das was bringt, ist halt die Frage. Also das Rauschen hier. Okay. Haben wir andere Frequenzbereiche, wo wir ihn empfangen? Nein. Drohnentelemetrie. Okay. Okay. Wir müssen ein bisschen näher ran wahrscheinlich, um die andere zu sehen. Ja, hier. Hier habe ich gerade eine. Außerirdische Entität. Ja. Ich sende da auch mal drauf. Ja. Okay. Gut, dann könnten wir jetzt probieren, ob wir was anderes senden können. Ich tue mal hier Drohne-Hacken auswählen. Ja, okay. Also scheinbar mag Tchaikovsky ähm, die Alien... Was ist das? Oh. Also Tchaikovsky ist auf jeden Fall für die Alien-Oren gut. Definitiv. Okay. Wir sollen langsam vorrücken. Machen wir doch mal, ne? Schön langsam. Jetzt haben die auf jeden Fall ihre Verteidigungsmaßnahmen scheinbar eingestellt. So, schön langsam. Schön gedruckt. Schön passiv. Vorsichtig jetzt hier. Boah! Also Spät. Uh! Was ist das? Äh. 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 Was ist passiert? Ja. Wer feuert? Wer feuert? Keine gute Idee. Oh, da ist das Alien-Dingens. Oh ja, das schaut, das schaut komisch aus. Die feuern drauf. Oh Mann. Okay, beide haben angefangen zu schießen. Oh Mann. Die ballern immer noch. Boah. Alles klar. Oh. 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 Und er ist abgehauen. Alle tot. Na super geil. Äh. Hättet ihr nicht gefeuert, ihr Idioten. Hättet ihr die einfach nicht gefeuert. Da ja. Das ist das Problem, wenn man sich halt mit zu starken außerirdischen Lebensformen anlegt. Äh. Und ich weiß, was sie haben. Die haben auf jeden Fall bessere Technik als die paar... ...kleinen Schießgewehre, die wir haben. Alchemist. Multiple Casualties. The Alien, it's gone. Need immediate assistance. Do you copy? Nothing heard. Does anybody copy? Rudwell. It's Dylan. You gotta get back to Kresnik. Okay. She's kicking off here, man. Oh Mann. It kicked off here too, man. Get the Major. Trust me on this one. R.T. Fucking B. Hab ich eine? Ne, nicht wirklich. Ich brauche eine Waffe, Herrgott. Das kann ja nicht angehen. Moment. Wir schnappen uns eine. Hallo Kollegen. Ihr braucht sie sicher nicht mehr, oder? Ich nehme sie mir mal, ne? Äh. Wo habt ihr denn die Waffen? Sag mal, Leute. Hallo. Habt ihr irgendwo eine Waffe? Ah, das sieht gut aus. Du hast eine Waffe. Oder? Hast du eine Waffe? Ja, hier. Sehr schön. Alter Schwede, ey. Was ist das denn bitte? Was ist das denn bitte? Der liegt aber auch unvorteilhaft hier, oder? Okay, hier nicht. Rauchgranaten ist immer gut. Ein paar Munitionssachen sind auch gut. Gut, jetzt haben wir auch mal eine gescheite Waffe. Sehr schön. Damit lässt sich schon besser kämpfen, als mit so einer Antenne, die ich dann nach den Feinden werfen kann. Und scheinbar machen wir uns jetzt hier echte Feinde. Weil es hat erst so ausgeschaut, als ob sie bereit sind, mit uns zu kommunizieren. Sie haben dieses Echo abgestellt, dieses pulsierende Echo da. Oder diesen Puls. Und jetzt nicht mehr. All die Krovaxen aus unseren Demining-Drones. Sonne of a bitch. Er sagt, er wird das Camp aufbauen, wenn die LDF nicht beherrscht. Ja, alles klar. Okay, wir müssen ihn aufbauen. Ich bin halbwegs da. Ah, shit, man. Die Don haben seine Pistole auf Jack. Baker und Lane haben mit den Bluebells gesprochen. Über, ob er ist es hostil. Hostil? Defensiv, nicht hostil. Wir haben ihn erst gefangen. Nicht, dass jemand da nichts dreckiges machen. Das stimmt. Das wäre keine gute Idee. Wir haben zuerst geschossen. Dementsprechend sind ja die nicht feindlich. Weil einer von uns hat geschossen und die LDF hat das Feuer eröffnet. Alter Schwede. Okay, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Na super, jetzt kommen sie mir auch noch entgegen. Noch schlimmer kann sie gar nicht kommen, oder? Okay, wir gehen jetzt hier ein bisschen abseits. Am besten hier ein bisschen nach Westen. Weil wenn die jetzt gleich hier runter rennen, uns hier ein schön entgegen, dann haben wir gleich eine richtige Gemetzel-Party bei uns. So, deswegen lieber gleich hier lang. Und gleich rüber. Dann erstmal Ausdauer regenerieren. Und dann geht's weiter. So, Ausdauer jetzt erstmal regenerieren. Kurz warten. Hinlegen. Nicht viel bewegen. Alter Schwede, ey. Wenn jetzt gleich hier zwei Dutzend Livonier uns entgegenkommen, da reichen die paar Magazine. Gut, 300 Schuss. Nicht lang aus. Mal schauen. Ja, da vorne haben wir schon den ersten Kollegen. Ach, komm. Bleib doch fern, Kollege. Tschüss. Schlaf gut. So, mal schauen. Zweiter. Ich sehe halt fast gar nichts, ne? Wo ist denn der? Ich sehe den nicht. Da ist er. Mensch, sag mal. Danke. Ey, Alter. Was ist denn das hier? Danke. Gut, drei haben wir schon genietet. Da hinten ist der nächste. Lade. Alter. Das sind jetzt ein paar. Sie keinen mehr. Da hinten ein bisschen. Wir brauchen mehr Deckung. Das ist hier jetzt halt keine Übung, ne? Deckung. Mist. Ich glaube, der ist abgehauen. Lade. Wo ist... Woher? 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 Boah. Von hinten. Die sehen mich halt, ne? Aber ich sehe nicht. Vorwärts. Deckung hinter dem Container. Vorsichtig. Alles klar, wie weit ist es noch? Oh, wir haben noch weit. Ich höre da rechts ein. Links. Weiter. Das hört sich nach unseren Truppen an. Gut. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Auf, auf, auf. Renn, reit, rennen. Gut, unsere Truppen dürften nicht auf uns feuern. Wir müssen jetzt das Schlimmste überstanden haben. Komm, 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 komm. Vorwärts. Jetzt feuern wir nicht mehr. Am besten. So. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Wir haben es gleich. Uh, okay. Alles klar. Also, die scheinen gut darin zu sein, Stress zu machen. Na, die Livonia haben wir jetzt auch noch als Feinde. So muss das natürlich sein. Nicht nur die Aliens, die eh schon in der Übermacht sind. Nein, wir müssen uns auch noch mit unseren bisherigen Verbündeten verfeinden. So muss das natürlich sein. Und da sind wir wieder in Camp Kressnik. Jetzt bin ich mal gespannt, was von den Leuten hier noch über ist. Schauen wir mal. Da hinten. Gut. Alter. Alles klar. Wie was? Das? Das? Du hast uns verhörst, Jack. Nein, nein. Wir verhörst uns selbst. Du würdest, dass ich die LDF einen intergalaktischen Krieg erheben? Ich habe getan, was ich habe. Du musst nicht glücklich sein. Und der Don? Ja, er hat einen Schuss an mich und ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es hat nicht gut endet. Er ist überall auf dem ganzen Ort, wenn du meinen Drift verhörst. Schau, Juju. Schau, komm mal, wir müssen jetzt ein Bewegung. Jetzt, bevor dieses Fog eröffnet. Okay, alles klar. Also, ich würde mal sagen, State ist ganz schön blöd. Wir haben mit beiden Krieg und es geht weiter. All right, Jack. So, this is the least discreet place to set up camp. You got any more bright ideas? Yeah, you know what, Rudd? I just might. Oh, hold on. You giving a briefing? That what this is? Nope. I'm putting Kessin in charge. What? Huh. That's the smartest thing I've heard you say all night. I'm doing charge luts. Okay, look, I got some shit to say. The Livonian Defense Force are gonna be hunting for us. Obviously. They believe we just went renegade. And there's a good chance Uncle Sam believes that, too. Yeah, no, I know, we did go renegade, but what's happening here? It ain't about the color of a flag. The aliens aren't attacking, right? And if we piss them off, it may all end really bad for us. I'm inclined to agree. As am I. Somehow, these fellas have survived themselves. That suggests intelligence, cooperation. It's possible that they're acting in our best interests. Exactly. And the first thing we gotta do is figure out what's going on and what they want. Rudd, you reckon they were trying to commune with you? No. All I said was, I saw something and felt, I don't know, off. You had a vision. Like, the worst case of déjà vu you can imagine. Great. Then you're our middleman. As for Kingsley and the rest of Sapphire, they're in the field, dodging LDF patrols and looking for a way to reestablish comms. I said we'd assist by getting intel. Now, Private Lane here has already climbed the tower and had a look-see. One of them boomers was doing something in the valley, northeast of our position. And you want me to go see what the deal is? Actually, I was gonna ask Baker, but sure, if you're so keen. There's a helmet to the southeast too. Could be worth the pass. We're low on gear. Okay. Steal stuff, get abducted. Am I missing something? Signals. You got two antennas. Keep an eye out for activity. Got it. Catch on the flip side. Wieder alleine unterwegs, oder was? Also, wir sind echt gut darin, alleingelassen zu werden. Und jetzt eben noch krasser, weil wir, ja, wie viel sind wir? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, so inklusive mir. Und ich glaube, der Typ da, der macht nicht so viel. Na? Ja. Und der auch nicht. Okay. Alles klar. Dementsprechend, auf in den guten Offroad. Und jetzt dann hier lang. Orte die außerirdische Wurzel. Ah. Okay. Na gut. Let's go. Dann fahren wir mal lang. Ich bin ja mal gespannt, wie das sich weiterentwickeln wird. Weil es wird immer abgefuckter irgendwie, ne? Wir haben zum einen das Problem mit den Aliens. Schon davor gehabt. Jetzt wollten sie mal mit uns ein bisschen kommunizieren. Jetzt haben wir dann den so ein bisschen da, ja, Feuer mit dem Hintern gemacht. Das gefällt ihnen nicht. Haben sie uns jetzt gezeigt. Und, äh, aufgrund der Auseinandersetzung wird es noch schlimmer. Mit der LDF und mit dem Aliens. Habt ihr eine Idee, was das ist? Over. Oh, ja. So. Du hast Alerts auf die EM-Aktivität. Check das Spektrum-Device. Okay, Copy. Danke für die extra Info. Out. Okay. Alles klar. Gefahrenzone betreten. Manuelle Speichern und Zeitbeschleunigung sind deaktiviert. Gut zu wissen. Hab ich beides noch nie gemacht, aber in Ordnung. Gut, also wir sind jetzt in einer Gefahrenzone. Du, 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 dann müssen trotzdem an die Wurzel rankommen Dann laufen wir ab hier zu Fuß So, das Zeug brauche ich jetzt nicht mehr Und da lang müssen wir, alles klar Ich sehe da doch schon ein bisschen was, da ist ein bisschen was aufgebaut Haben wir den Fernglas? Nein, natürlich nicht Weil wir so super ausgestattet sind Brauchen wir sowas natürlich nicht Ein Offroader, da ist auch ein bisschen Licht Oh ja Okay, Stipe, definitiv kein Alien hier Though there is a route, and shit, it's not like the others Can you clarify that a little, Rud? It's been torn from the ground, not dug up like before Nothing human could have done this Over Okay, hang on a tick New plan Dr. Kesson's saying we need another mini-UGV, over Yeah, sure, no worries I'll just nip down to the local E-Mart and get one for him, shall I? Gee, would you? That'd be a massive help Failing that, there's an Astrovan It's got eddies And our scientists reckon they might have been insulated from that H-Pulse thing They're on rubber tracks in a metal container, you see? Over Perfect So, where is it? Shopka 41 That big old radar site on the ridge And before you throw a hissy fit I know, the LDF are there Do what you did at the factory Sneak in Use the device to avoid any patrols Get the robot and get out again Alles klar I got family, Jack Why is it so important? Two reasons One, science and shit Two, nine billion people Might be coming down with a real bad case of space root flu next week The poker probe on the mini-UGV can get us a tissue sample Let us know, if we should worry Over Whoa, back up there You saying we gotta get a spit swab from it? Yep, using Eddie's jabber I don't know, maybe we can make a night of it or something Out! Alles klar Demnach müssen wir jetzt da hoch Und irgend so ein Ding klauen Was natürlich sehr interessant und lustig werden kann Nachdem wir jetzt wissen, dass die hier so ein komische Wurzel haben So, kommen wir weiter Eieieiei, Offroad und so Jack Jack It's me I'm getting closer Over Okay, listen Those LDF fuckers had a lot of drones up there And Faraday cages to store them in Meaning there's a good chance their autonomous weapon systems are set up already But that funky fresh device of yours Might help even the odds If you can't find a way in, try and make one Over Yeah, solid copy The shit I do for robots, huh? Out! Also tut er flüstern, ich fahr hier mit nem Offroader an, also Da brauchst er nicht flüstern, der ist eh lauter Als alles andere So, ja, das kriegen wir schon hin Ganz unentdeckt machen wir uns jetzt auf den Weg, hätte ich gesagt, ne? Komplett stealthy rennen wir hier durch Ähm, ich hätte gesagt, wir schauen halt hier von unten, dass wir hier irgendwie reinkommen Und uns hier in dem Hauptmittengebiet umschauen werden, weil Ich bezweifle es, dass die jetzt irgendwo am Rand stehen haben Die werden das safe irgendwo am, in der Mitte haben Wo natürlich auch die meisten Leute stehen werden, mit Sicherheit Und deswegen wird es interessant, das Ganze unentdeckt zu schaffen Aber wir werden es herausfinden, ne? Mal schauen, wo wir hier Zugang zum Zaun haben werden Die Aussichtstürme sind auf jeden Fall nicht besetzt Das ist schon mal wichtig Hier haben wir keinen, da hinten Die schauen gerade nicht her, Beeilung Immer schön an der Wand Oder am Rand sein Okay Können wir auch den Panzer benutzen, ne? Einsteigen in den Panzer, alles niedermähen Und dann die Drohne suchen Das wäre auch eine Option Da wäre ich auf jeden Fall dafür Hier irgendein Auto Da würde ich jetzt nicht reingehen, wenn ich das Auto höre Ne, gehen wir noch eins weiter Das ist ja rechts auch, ne? Ein Hammett Glaube ich Okay Hier irgendwo Sehen wir Feinkontakt Momentan nicht, nein Da ist ein weißer Transport Oh Da ist was drin, da ist was drin Das könnte sein Okay, ein weißer Van Okay, hol das Mini-UGV Vorsichtig Ich hab Eddie Ich hab Eddie Ich hab Eddie Ich hab Eddie Okay, großartig Jetzt exfil und geh zurück zur Runde Okay Ja, ich bin Oskar Mike Aus Kommen wir da durch Na komm, lauf Ja, zum Alien-Standort Wo ist der Alien-Standort, da, okay Gut, Bewegung Schnell, schnell, schnell Wir hauen hier ab, ey Das ist mir hier zu ungeheuer Komm, 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 komm Bevor sie sich anders überlegen Ich frage mich jetzt echt, was wir Überhaupt mit dem Eddie und dem ganzen Zeug Anstellen wollen, ne? Keine Ahnung Ob sie uns überhaupt irgendwas bringt So hier Okay Alles klar Gut Sehr schön, dass wir nicht zu weit weggepackt haben Da haben wir es jetzt entsprechend leicht Und dann können wir gleich weiterfahren Zum Alien-Standort Ich höre da hinter uns immer noch ein Hammett oder so Solange er nicht zu uns kommt, ist alles gut Und wir mussten jetzt da wenigstens niemanden erschießen Das ist auch was wert, ne? Gut, da stehen wir auch schon Was machen die da oben? Fährt er die ganze Zeit im Kreis oder was? Oh, da ist er Das Licht ist auf jeden Fall da oben Okay, schnell weg hier Okay, okay, okay Go So, wir fahren jetzt da am besten Die Hauptstraße hoch Und dann links Alles klar Go Jetzt wird nicht mehr angehalten Einfach durchfahren Keine bösen Überraschungen, bitte Oh shit Okay, Vollgas Guten Tag, die Ladies Servus Guten Tag Machen Sie es gut, ne? Jawohl Guten Tag Ja, LDF, ne? Macht's gut Ich fahre mal hier lang Jawohl Ja, ich habe euch auch lieb Macht's gut Alter Schwede Bleibe unentdeckt Fehlgeschlagen Ja, was soll ich denn da machen? Kann ich doch nichts für? So, gut Wir haben es ja gleich geschafft, ne? Hallo Kräer 10 auch, ne? Ah, was macht er mit Rückspiegel? Ah, nix Er fährt weiter Perfekt So muss das sein Ja, sehr schön Feuerein war auf mich, ne? Macht er nichts Ich habe mir gedacht Ich nehme mal die Hauptstraße Die gehört nicht nur euch, ne? Oh, da steht er Aufroder Hallo Oh Hallo Guten Tag Ja So kann man das Ganze natürlich auch machen Oh Hallo Ich habe ein kaputtes Auto Kann ich euch eures haben? Hm Was ist denn da? Hört ihr das? Ah, da war ein Auto Alles gut Ja, das ordert leichte Schäden Aber gut Ansonsten Huh, wie machen wir das denn jetzt? Jack Rudwell No idea Dr. Chatbeck wants to know if you can see anything squishy Over Uh, not really It seems kind of dead There's black gunk on it You know, like some sort of necrosis Okay 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 So It's safe to say there's nothing squishy Eddie Oh Oh I've never seen this thing You better expedite Rudd Bluebells are gonna realize their squad's not moving soon Ich hab da schon was bemerkt, so ein bisschen. Alles klar. Ist es? Over. Nope, not this one. The LT wants it gone. That thing's a pretty indiscriminate killer. And there's a lot of our guys wandering around out there. We don't want them getting any free ballistic therapy. Oh yeah. And also, we got intel on a burning wreck. Sapphire spotted it south of Scala. That's the hill, not far from where you are now. Could be a helo came down when that pulse hit. Might even be one of ours. Reckon you can swing by and see what's going on? Over. Roger. If I don't get my ass shot off, screwing with a sentry gun, out. Wow. Okay, also wir haben mehrere Aufgaben, natürlich, wie denn auch sonst, ja. Und müssen jetzt dann das automatische Geschütze deaktivieren mit ein paar Schrammeln am Auto. Ich hätte gesagt, das machen wir im nächsten Video. Alter Schwede, was für eine Kampagne bitte. In diesem Sinne Leute, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Also wir sehen uns